Honda hat den Civic mit einer neuen Generationsvariante aufgefrischt, damit dieser auch nach 45 Jahren Bauzeit noch nicht zum Oldtimer mutiert. Grund genug, sich die viertürige Schräghecklimousine der Mittelklasse für einen ausgiebigen Fahrtest zu sichern. Der Civic ist eine wirklich scharf gezeichnete Karosserie mit unendlichen Sicken und Kanten. Die mit einer Höhe von 1434 mm sehr flach gehaltene Karosserie signalisiert Sportlichkeit. Die abgesetzten Kühllufteinlässe im Grill mit der tief heruntergezogenen Nase unterstreichen diesen Eindruck. Die Länge von gut 4,5 Meter bieten bis zu 5 Personen vernünftige Sitze und ein Ladevolumen von 478 Liter im Falle der Prestige-Ausstattung, weil das Reserverad entfällt und dies ein Plus von knapp 60 Liter Ladevolumen birgt. Beim Fahrzeugheck haben die Designer für mein Gefühl die Unterlippe ein wenig zu weit vorgeschoben, aber dies ist Geschmackssache. Die Version Prestige gehört neben der Ausstattung Executive Premium zum Besten, was Honda für den Civic zu bieten hat und beinhaltet zudem den U-Prom stärkeren und leistungsstärkeren Motor. Für einen Listenpreis von 31.460 Euro bietet Honda sogar einen Ausparkassistenten, der im 180-Grad-Winkel sich annähernde Fahrzeuge erkennt. Verkehrszeichenerkennung, Spurhalteassistent, Notbremsassistent mit Fußgängererkennung sowie Licht-, Fernlicht- und Regensensor sind bereits Ausstattung der Serie. Auch das große Glasschiebedach in Panoramaoptik ist Serienausstattung von der Prestige-Ausstattung, ebenso wie Executive, Executive Premium sowie Sport Plus. Word and Big Кspier-Ausstattung Word and Blue Word and Green Word and Real Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.